So hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Bobberman Hero Im letzten Part bin ich dummerweise fail gegangen Und jetzt ist es unsere Aufgabe Drei Disks einzusammeln Im letzten Part waren wir im Airroom Da habe ich aber noch nicht alle Punktzahlen Vielleicht machen wir das doch Aber ich will erstmal hier Punkte sammeln Hm, hab ich immer noch nicht Wie war es jetzt? Immer noch nicht Jetzt muss es aber passen Hm, das ist doch merkwürdig Wenn nicht diese Löcher dazwischen sind So, jetzt So, jetzt So, jetzt Jetzt noch nicht ganz tief wieder das Loch reinfallen. Also da wäre schon der Exit. Und da ist noch ein Gegner. Ja, man sollte eine Bombe auf den Schalter werfen und dann ist gut. Und dann passiert das hier. Der springt dann richtig ganz hoch. Das ist nicht ein Spaß. Also mit Bombe werfen bin ich jetzt richtig langsam. Doch mich nicht selber treffen. Wenn man mich mit Dacht angehen. Das sind viele dieser Papierflieger. Und jeder Punkt ist sehr wichtig. So, dann ist dort oben rechts versteckte Kobbeet. Und da haben wir alle 24 eingesammelt. Aber was passiert? Ich frage mich, wo die immer sind. Dass mein Greiferquote so schlecht ist. Oder auch Zeit. Aber dazu benötige ich hier einen Schalter. Und da. Aber ich weiß wie. Und zwar hier rauf. Es ging davon aus. Es ist chaud. Vielleicht sind mal irritiert. Das ist rot. Ich weiß nicht. ich den abgrund nur weil ich zu weit nach vorne gegangen bin nene 4.700 das müsste reichen weil dieser raum ist auch langsam lächelig für mich aber zumindest haben wir jetzt den zweiten disk aber jetzt muss ich auch nach unten ich musste nach unten das hat gut gereicht nun geht es weiter mit spiegelraum da gehen wir auch zu mir schau dir selber in den spiegel um vorrat zu kommen ja ja da ist doch das scheiß hart warum will es jetzt nicht klappen vielleicht hat eine andere gedanke oder hattest du überhaupt eine chance ich wusste dass das eine falle ist warum springe ich gerade an die zeit vor und die schwiegertür zu öffnen blasse heiße luft aber naja der ist schalter schweizer n Forex Nö 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 So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ja, das war wieder klar ein Fake, aber was war das? Ein Geist, probier, äh, ein Disc, äh, jetzt muss ich eigentlich runter. Ah, hätte wir ja was sein können. Oh, was mache ich denn mal wieder? Ich muss ja irgendwie noch da rauf. Ja, und jetzt? Logisch gesehen muss ich ja irgendwo wieder da raus. Das war nicht das, wie ich das wollte, aber... Aber es war ein guter Anfang. Vielleicht komme ich irgendwo anders raus. Jetzt bin ich am Rätseln. Wo der Ausgang sein könnte. Kann ich da rein? Eben nicht. Ja, das ist das Levelende, aber... Da kann ich halt noch nicht betreten. So wie ich das wollen. Ich muss nämlich noch da hinauf. Und die rechtlichen Stücke ranzukommen. Ich schau nicht. Oh nein... Ich dödel... Ja, weil ich es so machen solle. Ähm. Ah, das Rez ist schon gelöst. Aber jetzt sollte ich halt noch überleben, wenn es geht. 1.500, okay. Ja, geschafft! I did it! Und eigentlich, ich glaube hier mittendrin. Und nun geht es gegen Natia. Und Natia. Bubberman, du hast es geschafft. Gebe mir die Disc. Nun haben wir alle vier Disks. Aber merkwürdig. Sie wäre eigentlich eingesperrt, oder? Danke, dass du es mir wieder gebracht hast. Diese vier Disks wird gesendet an Gradenstar. Nun, Lord Bagula, kann wieder hergestellt werden. Äh, wie bitte? Ha du nach! Ich bin Natia! Ja! Wmedim. Wo ist es doch? Wenn du mir den retten willst, komm mit mir. Ich hab es gewusst. ein haustier kronos wartet auf dich gegner ja toll erster touchdown muss sie erst die Katzenlady besiegen oder wie sieht es aus die Katzenlady 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 Oh, die soll bloß aufhören zu tanzen, weil die Kühle gehört mir. Oh, das ist so ein Doppel-Phase. Warum bekommt diese Spinne keinen Fleck ab? Oder muss ich direkt am Auge treffen? Oh, ich bin zu blöd, um das zu lösen. Aber so sieht es schon mal gut aus. Ja, super. Ja, super. Tschüssi. Ja gut, diese Gegner besiegen wir wohl im nächsten Part. Ciao. 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 Ciao.